Herzlich Willkommen zur weiteren Folgekarte für das Spiel Game Days Today und wie heißt? Hier werden wir jetzt ein bisschen mal gucken. Da waren wir schon mal gemessen. Wir gehen jetzt mal mit ein Häuschen und den ersten auch noch nicht. Kann ja nicht schaden, ne? Vielleicht haben wir ein bisschen Position. So, die Tür haben sich verbariert. Also sind die drinnen. Aber die Garage nicht. Ja, die kann man brauchen. Wer weiß, wo es so gut ist. Da war nicht verratiert. Hm. Wir haben keinen Krach, ne? Mann! Tut das Not? Ja, genau. Hier die Keule hier. Na, oder Axt besser? Tut mir leid, aber... Ich brauche was. Eine Männer-WG. So, du schlägst keinmal ab. Mann! Macht doch nicht so ein Lärm. Die brauchen wir aneinander, irgendwann. Erstmal gucken. Und dann plundern. Wird schon lange nicht renoviert. Oh, krass, aber guck mich da an. Ist doch ein Bild. Ich kann sehr weit greifen. punch. Dann plundern. Oh, nein, ich kann echt mal aus. Ah, ich kann jetzt mal aus vorlesen. Aber ich kann nicht reinmpfen. Das könnte ein bisschen reichnen. Ja, und dann komm. so erschrecken wenn man die brutale die durchbrechen der ganze wende papier ne leute kommt Kommt ihr alle in mir! Die drehen voll durch! Ach du dicke Neune! Ach hei je! Wo hast du mich denn hin verschlagen? Schlafsack! Das kommt mir bekannt vor, das kenn ich schon! Hier lebe ich ja nicht lange durch! Ich muss mal kurz kurz in die Karte gucken, wo ich da bin. Ich sage noch eins, die Richtung! So schnell nach Hause! Da hinten ist die grüne Zone, da wollen wir gleich hin! Hier war ich auch mal gestartet! Daher kann ich das Haus! Hier gibt es die Feuerzombies! Oh! Vögel! Feder! Ja! Wunderbar, ich probere dich nicht raus! Das ist gar nicht so! Der ist der Flugleifahr gewesen! Ohne Schlaffahrt, ne? Wir müssen uns! Das ist auch noch so heiß! Das ist der Flugleifahr! Was ist der Flugleifahr! Und das ist der Flugleifahr! Der Flugleifahr! Und das ist der Flugleifahr! Das haben wir zu Buste kommen lassen. So, da ist er. Das da hinten. Ach los. Gibt ja nicht nur Zombies an die Tiere und vor allem Hunde. oder würfel da müssen aufpassen dass man nicht gleich ja, da wollte ich den Hurt nicht muss ich kurz schauen Wir haben der Grieber. Ha, das Ding kann man glaube ich. So waren wir gewesen und haben uns ein paar Sachen bekommen, die hier so heiß sind. Unser Haus haben wir mal gefunden. Da auch noch mal ein Ding. Da ist ein Nachbarhaus, wo unser Hucksack ist. Da können wir alle Sachen wieder kriegen. Aber dass sie wieder schlafen gegangen sind, das machen die eigentlich. Kelle mit Wasser. Können wir später machen. Wo war ich gewesen? Links. So. Ich bin auch noch mal sicher. War ich noch nicht fertig. Okay. So müssen drei Stück noch sein. So. 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 Da stammt die wie angewurzelt. Da stammt die, da stammt die. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist schon wieder laufen. Schon wieder heiß. Noch weiter weg von zu Hause. heute nicht was das wer muss die Brustellen hier rausfinden also hier ist die Wüste die besagte Wüste gleich hin und weg dahinter verbrannte Land das ist ein weiter Weg fach Chris hier ist noch der Mika 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 hier möchte keiner leben irgendwo ist der Mika hier ist noch der Mika Hier ist kein Ende in der Sicht, was hier passiert. Nicht gut. Das Problem ist, hier habt ihr nichts, kein Wasser, nichts. Ah, da ist es grün. Luft holen, ein Zombie war noch gewesen in dem Haus. Aber das ist nicht klug, wenn man im Haus da kämpft, da kann man hier ausweichen. Das ist äußerst ungünstig. Die wollen doch hier nicht länger bleiben, einfach weg hier. Für mich ja auch. So. So. Ups. So. Wie gelandet. Im Back, das ist doof. Schlecht. Komm auch nie raus hier. Stern tust hier auch nicht. Oh, haben wir Glück gehabt. Stelle markieren, tödlich. Oh. Tee. Ich muss ein bisschen ausruhen. Mal schauen, wo mein Koffer ist. Über den Koffer, über den Fluss muss ich, da ist Brücke. Letzte Folge von heute. Kurze Bowser. Das ist das Gebäude, was im Sattel, wo man sich in der Koffer befindet. Schauen wir mal. Kann sein. So ein bisschen zu Luft kommen. So ein bisschen weiter weg, wie ich dachte. Finde Träte. 1,5 Kilometer. Muss man eigentlich mal machen, ne? So. Da ist ein Hund. Gehen. Die sind mir nicht ganz sauber. War das hier kalt? the. Da ist noch schlecht. Oh, 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 oh. auch nur eine etage zweiter und zählt ja auch nicht diese munition aber verkehrte ist ohne arme keine also normal werden damit nicht ich muss meine klamotten haben und dann gleich den schlafsack wieder aufrichten eine straße gewesen wir machen erstmal ein schlafsack jetzt passiert mir nicht normal noch mal lag hier nicht mal große kisten ich bin erschrocken das ist voll irgendwo taschen glaube ich aber ich brauche lieber neu so jetzt erscheinen wir hier wieder wie es sein soll und nicht hier irgendwo eine wallachei da muss ich ja eben weit laufen wasser fühlt sich an wie 6,6 grad und halb nackt das war nicht kalt den können wir uns später mal das war nicht da 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 warte oh oh fuck fuck gut nehmen wir eine keule an man gucken was wir finden können da cheeseburger das ist ein anfang dachchen zerlegen kann man später auch da da ist leider nichts da waren wir das ist ein glasbruch nur gebrauchen gut gut Tja, nicht viel, ne? Da hat sich jemand einen Keller errichtet, wo wir hier gelandet, das ist nicht gut. Wir kommen hier wieder raus. Das ist recht ein Versteck gebaut. Was haben die Jungs gemacht? Sie haben sich eingegraben. Oh, Knochen gebrochen. Tja. Da, nehmen wir Tabletten. Ah, Munition habe ich gefunden, aber die verkehrte. Bzw. nur Schießpulver. Ah. Ja, da kann man nicht hin. Ja, da kann man nicht hin. Nö, nö. Na, geh mal nach Hause, Freunde. Mit gebrauchenden Beinen. Wir haben einige Schnalzen heute. Da haben wir froh, wenn wir ein bisschen was kämpfen können oder was herstellen. Geh mal in den Keller. Was haben wir hier schönes alles? Bäume. Ein paar Schuhe. Grunde Müll. Halausschuhe, ja. Zerregen, ja. Und Tee. Verkehrter Munition. Nägel. 4. Aber, für heute ist Schluss. Danke fürs Reinschauen. Guten Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schöner, schau. Und hört uns in die nächsten Folge. Oder auch nicht. Wie ihr wollt. ein befall rein reinfragen kommentieren radpflege jetzt alles gleich immer rein damit dann seid mal bis zum nächsten mal tschüss